Okay, Leute, während mein Reis jetzt im Hintergrund kocht, können wir schnell eine Reaction raushasseln, ja? Wir reagieren heute auf Varyon, wenn jemand Fisch statt Fisch sagt. Richtiger Fischkopf ist das dann, Alter. Könnten Support Siebburg, Gerald Lieben, mein Name. Wie muss ich Ihnen weiterhelfen? Ja, schönen guten Tag, ich würde gerne eine Beschwerde einreichen. Um welches Produkt handelt es sich? Um den Rahmenspinaten mit eingelegten Schokosticks und dem Fisch. Mit dem... Fisch. Mit dem Fisch. Junge, solchen Leuten könnte ich direkt einmal Uppercut geben, ne? Direkt taust, direkt taust. Was? Der Rahmenspinat. Nein, was hatten Sie gesagt mit dem Fisch? Fisch, meinte ich. Hirsch? Fisch, Mensch. Ach, Fisch meinen Sie? Genau, mit dem Fisch, ja. Was ist denn damit? Das sagen aber auch nur so Leute, die so aus der Region, so, ich glaube, so Frankfurt, so kommen, so circa, glaube ich. Hatte ich in meiner Packung Milchklumpen drin. Bitte, was? Milchklumpen, einen Klumpen aus Milch. Milch. Ah, ich glaube, meine Tante hat das auch immer so gesagt. jetzt ist auch mal so nicht sondern ich meine mich zum ja genau okay kurze frage sie sagen fisch aber gleichzeitig milch ja ja und warum machen sie das so ich spreche schon mein leben lang so also wollen sie mir sagen dass sie schon ihr leben lang der deutschen sprache nicht mächtig sind was dann lassen sie das essen fisch weg und packen es bei milch mit rein warum ist das denn so relevant für sie haben völlig recht also es geht um einen milchklumpen sagten sie ja genau und warum sind sie sich so sicher dass es sich um einen milchklumpen handelt mein cousin hatte da auch noch mal nachgekommen sie meinen cousin sie haben cousin gesagt nicht oh mein gott okay da wird alles auseinander genommen aber bei cousin und cousin cousin und ich kann es andere gar nicht ausbrechen fucking hell da bin ich mir auch immer nicht so sicher leute ich war heute übrigens beine tränien aber trotzdem neues höchstgewicht jeden tag wird neues höchstgewicht erreicht ich schwöre warum spielt das alles für sie so eine große rolle mensch interessant also mensch sprechen sie dann richtig liebe richtiger rechtschreibnazi oder oder aussprache nazi deutscher nazi und die deutsche sprache verkommt die deutsche sprache verkaufte naja sie sagen zum beispiel nicht mensch richtig ich habe ein paar fragen mensch mensch aber fisch da ist ja auch noch dieses i davor also fisch und beim mensch das ist ein n da ist es nicht ganz so schwer zu sprechen aber bei kisch da kann man besser durch sprechen sie was sagen sie zu kirch dieses video ist auch komplett ads wieder alter hier na kirche und zu kirche na kirche sowas dämliches habe ich ja noch nie gesagt ah ja kirche oh ja kirche und kirche kirche und kirche kirche ich gehe in die kirche so langsam reischt mir das mit ihnen hier reischt nicht rein könnte ich vielleicht mit einem anderen mitarbeiter reden es tut mir wirklich sehr leid aber alle anderen leitungen sind momentan bin ich sie gerade der einzigste freie mitarbeiter oder was einzigste aber auch mein gott aber einzigste das ist wirklich schlimm das ist wirklich schlimm jetzt mal real talk der einzigste sagt er das geht echt nicht klar das ist der einzige der ein zieh g ziege der einzige meine schwester hat das auch immer falsch gemacht wenn du gerade zuguckst du hast es mittlerweile drauf aber heißt einzige nicht einzig ich greife gleich durchs handy und hau ihnen das facebook sich ein bisschen gewillter ausgedrückt hätte ich ihnen auch schnell helfen sie wollen mir doch gar nicht helfen sondern machen sich nur lustig über mich sagen sie jetzt zum beispiel machen und nicht maschen ja ich gucke ob ich noch einen anderen mitarbeiter krieg das kann doch nicht sein dass da nur ein mitarbeiter ist man ich bin auf 180 alter kunden support südburg patrick immer mein name schön dass ich doch noch mal jemand anderes erreiche vielleicht tun sie mehr weiter entschuldigung sie meinen wahrscheinlich vielleicht können sie mir weiterhelfen nicht vielleicht tun sie mir weiterhelfen da kann ich meine kollegen nur bei flechten geniales video okay das habe ich echt gefeiert ich dachte da würde sich jetzt nur über so fisch und fisch lustig gemacht werden aber oh mein gott leute die nicht sprechen können wenn einer von euch da draußen ist der fisch sagt und nicht fisch sagt richtiger fisch kopf alter das war's von dem video wenn wir reactions auf barrieren sehen wollt dann abonniert auf jeden fall diesen kanal in diesem moment und dann sehen wir uns im nächsten video ich hoffe das war jetzt nicht komplett übersteuert tschüss leute ciao ich kann jetzt nicht mit der hand hier so ciao